Der König! Der König! Glaubst du, ich gefalle ihm? Gewiss doch, Schwester. Wie könntest du ihm nicht gefallen? Es bietet sich dir eine Möglichkeit, die Maitresse des Königs von England zu werden. Heute Nacht. So also sieht das Schlafgemacht des Königs aus. Ich tat nur, was ich tun musste, das weißt du genau. Ich weiß weder, was du gesagt, noch was du getan hast. Nur, dass ein Mann, der dich kaum kannte, hinterher von dir wie berauscht war. Wie war er zu dir? Er war zartlich. Bereite ihm Vergnügen. Wenn du kannst. Was wisst ihr von großen Männern? Ich würde es bemerken, wenn einer vor mir stünde. Ist einer anwesend? Ich suche noch, mein Lord. Ah, da. Schon gefunden. Ihr wirkt auf mich so verändert, Mistress Anne. Wie kannst du mir unter die Augen treten? Jetzt weißt du, wie es ist, von der eigenen Schwester hinter Damen zu werden. Werdet ihr euch mir hingeben, Anne? Nichts habe ich je so begehrt. Was müsste ich dafür tun? Mich heiraten. Kann ich ihr vertrauen? Wir leben in gefährlichen Zeiten. Das Fehlen eines männlichen Thronfolges untergräbt die Macht des Königs. Bald wissen es alle. Ich kann ihm keinen Sohn schenken. Du Hexe. Oh, du böse, verfluchte Hexe. Ich habe das Land auseinandergerissen. Nur um deinetwillen. Du bist meine letzte Hoffnung. Es geht um mein Leben. Warum verwendet ihr euch für sie? Sie ist doch meine Schwester. Ich habe das Land.